Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Stellaris, beim Malve-Goyle-Mandat. Ähm, es ist nie ganz sehr geherr, seit ich gespielt habe, deswegen habe ich mir auch die letzte Folge nochmal kurz angeguckt. Mir ist die großen Highlights, die mehr oder weniger daran bestanden, dass wir anscheinend eine Wahl gefälscht haben und andere moralisch grenzwertige Entscheidungen getroffen haben. Aber na gut, ähm, wir verlieren aktuell ein bisschen Geld, 0,11 Energiecredits pro Tag? Monat, pro Monat, okay. Wir sind in Bagrax auf weitere Aliens gestoßen. Oh. Oh. Haben wir die noch nicht gesehen? Hm. Okay, neue Aliens, zur Kenntnis genommen. Ähm, Verzeihung, ich bin immer noch heute was erkiltet. Aber das soll mich nicht abhalten, bei Stellaris zu spielen. Ähm, Ende letzter Folge war die Überlegung, was zum Teufel mache ich? Und ich habe mir selbst zugehört, was ich vorgeschlagen habe und ich denke, es ist am sinnvollsten, wenn wir hier mal unsere Unterlichtsonde befreien von dieser Subraum-Anomalie. Was natürlich sehr Star Trek-mäßig, äh, sich anhört. Eine unbekannte Subraum-Anomalie greift uns an. Lassen wir also die Flotte mal ausrücken. Inaktives Gebäude, ja, wir haben hier ein Gebäude gebaut, das von keinem Malvigol benutzt wird. Das ist natürlich schlecht. Hier wächst einer heran. Dann kannst du das als nächstes beackern hier. Ähm, eins, zwei, drei. Da wächst der vierte. Um die Kolonie hier zu einer vollwertigen Planeten aufzurüsten, brauchen wir natürlich fünf Leute. Wollte ich mich erinnern, ne? Verbessern. Fünf Bewohner, genau. So. Was ich mir auch gerade off-camera noch ein bisschen überlegt habe, ist, dass ich ganz gerne schneller meine Umgebung erkunden würde. Und dazu werde ich ein zweites Forschungsschiff in Auftrag geben. Und dementsprechend auch eine zweite Wurmloch-Station hinbauen, damit wir dann die Planeten und, äh, die Sterne, die Systeme hier weiter, ähm, ich würde schon gerne sagen Norden, aber halt einfach hier oben. Weil Norden macht irgendwie im Weltraum nicht viel Sinn. Jedenfalls, wenn man einfach so von der Galaxie spricht. Ähm. Die Subraum-Anomalie beschießt uns mit Blitzen. Ähm. Finde ich nicht nett. Unsere Schilde... Halten aber einiges von dem Schaden ab. Und verändern das... Und bis jetzt noch kein Schiff kaputt gegangen, aber ich schätze mal, dass wir die Korvette hier verlieren werden. Was schade ist. Hm, hm. Aktuell haben wir nämlich noch ziemlich wenig Mineralien. Eddisch, monolithisch. Logipash ist unbewohnt und tatsächlich auch unbewohnbar. Aber Besucher hat es ja wohl gegeben. Mann, das ist eine Anomalie in unserem... in unserem Heimatsystem. Seine Oberfläche ist überseht mit Cent... Tafen... Ne, Cenotafen. Die aus einem Material geschnitten wurden. Jetzt müsste ich echt mal Wikipedia nach aufschlagen, was Cenotafen sind. Die aus einem Material geschnitten wurden, das es auf dem Planeten nicht gibt. Offensichtlich wurden sie hier von einer künstlerisch geneigten Rasse platziert. Die fließenden Linien der Monolithen stellen geschickt eine derart fantastische Geschichte nach, dass es sich dabei um Friktionen handeln muss. Oder? Für die Archive aufzeichnen. Entschuldigung, ich muss jetzt tatsächlich... Ich werde jetzt tatsächlich... Ich könnte es nicht sehen, aber ich werde jetzt tatsächlich einmal Wikipedia aufschlagen und gucken, was Cenotaf bedeutet. Weil ich keine Ahnung habe. Weil ich ein Cenotaf... Ein Kenotaf, auch Cenotaf griechisch... Ich kann leider kein Griechisch lesen. Leeres Grab, auch Scheingrab genannt, ist ein Ehrenzeichen für ein oder mehrere Tote. Faszinierend! Und ein bisschen gruselig. Wir haben also in unserem Heimatsystem auf einem der Monde dieses Gasriesen ein paar Scheingräber entdeckt. Ja, für die Archive aufzeichnen, bitte. Das hat uns 120 Ingenieurforschungspunkte gegeben. Sehr schön. Ähm... Wir haben schon eine Korvette verloren. Ich werde sie gleich mal nachproduzieren lassen. Anomalie besiegt. Wir haben das feindliche Hyperraumwesen vernichtet, das unsere verschwundene Sonde angeluckt hatte. Was solch eine Kreatur an einem archaischen, unvermannten Raumschiff finden könnte, ist uns ein Rätsel. Ähm... Die Sonde scheint aber weitestgehend unbeschädigt geblieben zu sein. Unsere Truppen haben sie geboren und wir konnten aus ihren Speicherbänken detaillierte Sensorwärte über das gesamte Land. Für die Lamm-Systeme herunterladen, das wir sowieso schon gescannt hatten. Bringt uns also nicht viel. Darüber hinaus bieten die von der Hyperraumanomalie zurückgelasenden Energiereste unserer Wissenschaftler ein wertvolle physikalische Daten. 90 Wissenschaftspunkte. Schön. Sonden eingesammelt. Wir haben alle Sonden eingesammelt. Kriegen dafür nochmal 90. Ähm... Wissenschaftspunkte und 133 Energiecredits. Nice. So, das Forschungsschiff kann ich dann auch zum Durchsuchen der Überreste dieses Wesens schicken. Und dieses Forschungsschiff... Ich hab's... Das hab ich rausgefunden... Ähm... Also das braucht ja noch einen Anführer, einen Wissenschaftler, damit das funktionieren kann. Ähm... Ich will hier nun mal... Bin... Alien-Besucherzentren. Uh... Wow. Hab ich, glaub ich, noch nicht zuvor gesehen. Aber ich glaub, ich nehm konneale Zentralisierung, weil ich festgestellt habe... Ich hab ein bisschen off-camera weitergespielt, andere Spiele... Ähm... Und ich hab festgestellt, wie absurd wichtig Einfluss ist. Ähm... Und ich hab was anderes festgestellt. Bei jeder Wahl... In einer Demokratie werden uns ja mehrere, ähm... Kandidaten vorgestellt. Und diese Kandidaten können wir tatsächlich als Anführer für alles Mögliche benutzen. Das sind manchmal Gouverneure, das sind manchmal Atmerele, das sind manchmal Generäle. Aber wir haben zum Beispiel auch zwei Wissenschaftler bekommen. Und das heißt, dass ich mir keinen Wissenschaftler kaufen muss. Mit Einfluss, sondern ich kann einfach den hier nehmen. Der ein Kandidat für, ähm... Bei der letzten Wahl war. Und jetzt hab ich einfach einen Typen. Den ich... Zum Forschen rumschicken kann. Hey! Und zwar gratis. Und das kriegen Demokratien. Das wusste ich vorher nicht. Ich glaube, das ist auch neu. Das war, glaub ich, vorher nicht so. Da waren die Kandidaten... Die waren nur für die Wahl da. Und danach sind sie wieder verschwunden. Aber da bin ich mir nicht sicher. Ähm... Ähm... Das kann natürlich dazu führen, dass man viele, ähm... Anführer bekommt, die man null gebrauchen kann. Wir können zum Beispiel aktuell keinerlei Generäle gebrauchen, weil wir in keinen Krieg verstrickt sind. Ähm... Und Generäle halt in Friedenszeiten praktisch null Wert haben. Ähm... Aber gerade so Sachen wie, ähm... Wissenschaftler und Gouverneure kann ich aktuell gebrauchen. Durchaus. Ähm... Wollen wir hier noch eine Bergbaustation? Haben wir eigentlich noch das Mandat? Oder haben wir das schon erfüllt? Ne, das Mandat haben wir noch. Sieht sehr gut. Hier gibt's anscheinend auch noch Feinde. Ähm... Wieder so ein Viech. Ein Tentakelviech. Das aber erstaunlich hübsch aussieht. Schön Lasershow. Blüpp. Jetzt können wir es nicht mehr sehen, weil wir keine Sensordaten mehr haben. Na gut, fliegen wir woanders hin. So, wir verlieren immer noch Geld. Oder Energiecredits. Wie auch immer man es nennen will. Wir produzieren ziemlich wenig Wissenschaft, muss ich sagen. Ähm... Mir ist bewusst, dass wir... ...noch relativ am Anfang das Spiel sind, aber trotzdem. So, wir haben gerade das erforscht und ich hab schon wieder weggeklickt, was wir dafür bekommen haben. Äh... Ja, das war nicht ganz so clever. Ähm... Und dann... Ich schick mal die... Unsere Flotte raus. Diese Systeme erkunden. Wie gesagt, das mach ich ganz gerne mit Militärflotten, weil die halt wenigstens... Naja... Schilde und Waffen haben. Und nicht sofort bei... Beim Anblick des ersten Gegners... Zer... Einfach auseinanderfallen. Spart meistens Mineralien. Und wenn man was wirklich Interessantes findet, das man sofort behalten will, kann man natürlich auch gleich seine Flotte hinschicken, um das Gebiet zu säubern. Also wenn zum Beispiel irgendwelche extrem tollen Planeten in einem System sind, die allerdings halt von Gegnern bewacht werden, dann kann man halt gleich reagieren. Kann nützlich sein. Durchaus. Hm. So, Groll wächst langsam. Tikim wächst langsam. Uh. Oh. Wir kämpfen wieder gegen Mineralien. Gegen... Wow. Zu schnell. Ich will mich eigentlich zurückziehen. Will ich mich zurückziehen? Eigentlich... Ja, da kommen noch mehr Viecher. Noch vier Tage. Zurückziehen. Bop. Und in die Werft fliegen. Das ist natürlich auch etwas, das passieren kann. Wir haben immer mal zwei Viecher gegrillt, aber... Konstruktionsschiff ist auch wieder fertig. Jetzt ist der Weg ja hier wieder frei. Da können wir ja auch noch eine Bergbaustation bauen und da müssten wir das Mandat erfüllt haben und dafür hoffenweise Einfluss bekommen. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob das auch die Wiederwahlchancen unseres aktuellen Herrschers erhöht. Wäre eigentlich interessant. Also es wäre halt sinnvoll, ne? Es ist wenigstens mal ein Politiker, der seine Versprechen erfüllt. Ähm. Okay. Das ist wieder eins von diesen Viechern. Hm. Ja. Hm. Wir sollten eigentlich nicht... Keine großen Probleme mit dem Viech haben. Ich kenne das Viech schon und wie sie sich verhalten und... Ja. Feldmodulation. Sehr schön. Das kann uns bei unserer Energiegewinnung helfen. Genauso wie... Orbital Energieumwandlung. What? Station under attack? Wo? Hier. Das Viech greift tatsächlich in meine Station dann? Äh. Plotter ausrücken. Hm. Wir sind noch nicht wieder komplett repariert, aber... Besser als... Gar nichts zu tun... Für die Station nicht verlieren. Ist ja blöd, dass das Viech tatsächlich angreift. Böse, böse, böse. Müssen wir wohl mal auf die Schnauze hauen. Zwei, vier... Systeme ist komplett. Hier könnte ich tatsächlich schon mal eine Forschungsstation bauen. Man kann auf Kolonien tatsächlich die Stinknormalen einfach in Forschungslabore bauen. Die genauso stark sind wie... Ähm... Die, die man auf vollen Welten bauen kann. Man kann sie dann nur nicht mehr updaten. Ja, okay. Äh... Wir haben hier eine Anomalie. 60% Scheid... Oh, nee. 30%... Hm. Nee. Der ist noch ganz neu. Der kann erstmal ein bisschen... Hm. Erfahrung sammeln. Und wenn man einfach nur Systeme scannt. Dieses Systeme scannen ist übrigens etwas, das man tatsächlich fast das ganze Spiel lang machen wird. Weil die Galaxie halt wirklich so riesig ist, dass man immer was zum Scannen findet. Es ist wirklich krass. Und in Kriegszeiten kann man halt die Wracks von feindlichen Schiffen analysieren und so... Ähm... Ja, 144 Einfluss. Und so halt... Wertvolle Technologie erbeuten. Genauso wie hier. Wir sind zwar nicht im Krieg, aber auch da kann man das machen. Wir gewinnen tatsächlich gerade Energiecredits. Und weil... Ähm... Ja, weil wir fleißig Raumstationen bauen. Langsam kommen wir auch so in ein Gebiet, wo ich sage, jo, langsam haben wir genug... Äh... Mineralien. Unsere... Unsere... Unsere Mineralien-Einnahmen sind einfach ziemlich hoch. Wir haben jetzt eine Technologie erforscht, mit der wir unsere... Kraftwerke... Verbessern können. Das würde ich auch gleich mal durchziehen, weil... ...Energiecredits aktuell ein kleines Problemchen waren. Wullturm-Satellit. Im Orbit von WUM-8 ist ein kleiner Wullturm-Satellit gefunden worden. Gemäß seiner Programmierung sendete er ununterbrochen dieselbe Nachricht, bis er schließlich von Millionen... Von Vormillionen von Jahren seiner Energiequelle erschöpft war. Wir konnten seine Sendematrix-Anlagen... Ne, Sendematrix bergen, aber nur einen kleinen Teil der Übertragung wiederherstellen. Anscheinend bestand der Hauptzweck dieses Satelliten darin, dem in Nachbarn Zivilisationen die demonierende Wullturm-Philosophie zu predigen. Seine Nachricht erwähnte die Notwendigkeit, sich zu trennen... ...und die wahre Existenz zu umfassen, was auch immer das bedeuten soll. What? Also die Wullturmen sind womöglich halt auf eine höhere Existenz-Ebene aufgestiegen. Zur Erinnerung, in jedem Stellaris-Spiel gibt es eine Quest-Reihe zu einer antiken, weltraumfahrenden Zivilisation. Wir haben nächstes Mal die Wullturmen gezogen. Es gibt mehrere tatsächlich. Und die Wullturmen sind womöglich die wahre Existenz zu umfassen. Die Nachricht erwähnte die Notwendigkeit, sich zu trennen und die wahre Existenz... ...bleicht ist damit so eine Art geistiger Aufstieg gemeint. Gibt spezielle Projekte aus. Die Wurther repariert, sehr schön. Wow. Konstruktion complete. Bauen und bauen und bauen und bauen. Trümmer. Wir haben ja auch noch Trümmer. Achso, die Trümmer, ja. Da wird gebaut. Bevor schon mal... Roboter kriegen wir auch bald. Hübsch. Die mögen uns nicht besonders. Ah, okay. Denen sind wir Buddies. Gut. Freunde zu haben, gerne helfen. Ja, jetzt ist es gerade wieder ein bisschen ruhiger geworden. Achso, mit der Flotte natürlich die äußeren Systeme erkunden. Könnte ich auch bald wahrscheinlich noch mehr in die Flotte investieren und noch ein, zwei Schiffe bauen. Könnte eine gute Idee sein. Hier werde ich auch gleich mal ein bisschen die Wirtschaft stärken. Einfaches Bergbau-Netzwerk. Ingenieur-Labor. Ja, aber erstmal Kraftwerke. Wir haben nicht... Aufeinandertreffen in Chardum. Im Chardum-System sind wir auf unbekannte Alien-Schiffe gestoßen. Hier ist ein weiteres Reich. Kann man sehen. Wir wissen noch nicht, welches Reich. Aber hier sind auf jeden Fall zwei Systeme von fremden Wesen bewohnt. Gut zu wissen. Und zeigt sich. Es scheint so viel Platz zu sein, aber es ist ziemlich viel los in dieser Galaxie. Ähm... Ja, dann investiere ich jetzt mal ein bisschen in Wissenschaft und... und sage, dass wir mal ein paar Forschungsstationen bauen. Wir haben leider noch keine weiteren bewohnbaren Planeten, also für uns bewohnbaren Planeten entdeckt. Was ein bisschen schade ist. Ich schätze mal, ich werde dann ein bisschen weiter in die Richtung auch erkundschaften. Weil hier sind jetzt Leute, da sind Leute. Nee. Forschung complete. Energie, äh... Oh Mann, oh, schön. Wollen wir mal ein bisschen langsamer. Was machen wir als nächstes? Fusionsenergie. Ja, um... Damit unsere Schiffe besser mit Energie versorgt werden können. Was wir jetzt auch noch machen können, was wir gerade erforscht haben, ist ein Modul für eine... ähm... Für Raumstationen. Für Raumhäfen. Was man machen kann, ist hier halt so Zusatzmodule bauen. Am Anfang hat man keine freigeschaltet. Und man hat nur ein einziges, nämlich das Raketen-Verteidigungsmodul oder je nachdem, welche Anfangswaffen man gewählt hat. Später wird diese Liste voll sein und es wird ein Scrollbiken geben. Also da kommt noch viel dazu. Äh... Solar-Kollektor-Netzwerk produziert Energie-Credits. Und zwar genauso viel, wie eine Anfangsraumstation an Unterhalt kostet. Das heißt... Ähm... Im Prinzip kann man so die Kosten von Raumhäfen deutlich senken. Was ganz nettes. So, kostet aber halt Mineralien zum Bauen. Aber am Anfang... Es sind genau solche Sachen schon recht wichtig. System-Survey complete. So... Da... Wumm. Ja. Debris analysiert. Planeten hat Anomalie. So, ich kann ja hier noch die Spezialprojekte abschließen. Kann ich nicht. Warum nicht? Braucht ein Wissenschaftler mit Fähigkeit 5 oder höher. Okay, und Baglosh hat nur 4. Äh... Da muss Baglosh noch ein bisschen üben. Weil... Natürlich kann man in Science besser werden. Schuschk. Ähm... Kannst du mal hier hinfliegen. Dann werde ich jetzt... Werde ich noch einen Auftrag für unser Konstruktionsschiff. Ähm... Anwendereien nehme ich hier noch eine Wurmlauchstation zu bauen. Könnte er dann machen. Irgendwann, wenn er hier fertig ist. So viele Konstruktionsschiffe zu bauen, finde ich übrigens nicht so sinnvoll. Ähm... Bleibt meistens so bei 3 oder 4 im Endgame sitzen. Das reicht meistens. Äh... Also die Reisezeiten werden natürlich deutlich größer, wenn man, keine Ahnung, von dieser Ecke der Galaxie bis hier hin fliegen muss. Ja, dauert ein bisschen, aber... An sich... Geht's meistens schnell genug. Wir haben wieder Trümmer analysiert am... Oh. Amöbenbrotprogramm. Sehr interessant. Klingt auch interessant, ne? Regeneratives Rumpfgewebe und Sozialforschung. Übertragung von Gulgfurki Kingdom. Interessant. Espotisches Imperium. Oh oh. Ich vertrete das Gulgfurki Kingdom und man hat mich ermächtigt, euch Grüße zu übermitteln. Wow. Das ist eine fette Macht, ey. Darfst hallo sagen. Äh... Liebes ist nichts anderes als Freundschaftsmusik. Ich erinnere mich. Ja, genau. Wir sind... Tatsächlich deutlich anders als dieses Imperium, ne? Sie sind materialistisch und fanatisch-kollektivistisch. Das heißt, das Individuum hat eigentlich keinerlei Wert, sondern nur das Überleben des Gesamts... äh... ...des Staates, der... ...der Kultur, der Zivilisation. Das ist das Wichtigste. Äh... Der Zweck des Individuum ist einfach. Die Stärkung des Kollektivs, genau. Ähm... Während wir genau... ...im Prinzip anders sind. Wir sind individualistisch. Das heißt, jeder Einzelne ist wichtig. Ähm... Und wir sind spirituell statt materialistisch. Materialistisch ist der Gegenbegriff zu, äh... Spiritualistisch. Zumindest für das Spiel hier. Ähm... Und man kann nicht gleichzeitig spiritualistisch und materialistisch sein. Das geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Das heißt... Äh... Hm. Mit allem, was ich sage, werde ich die Leute irgendwie beleidigen. Liebe ist nichts anderes so. Und sie mögen uns nicht besonders. Wunder. Wer hätte das gedacht? Irgendwie mag uns kaum jemand. Naja. Man kann nicht von allen gemocht werden. So traurig ist es. So. Ich werde dann hier wahrscheinlich noch eine... Rüdrokultur-Farm bauen. Weil unsere Bevölkerung auf Grollen langsam so viel Nahrung frisst. Dass, ähm... Das Bevölkerungswachstum irgendwann zum Stoppen kommt. Guck mal. Hier sind... Ach nee. Das sind wieder die Viecher. Hm. Ich dachte, das wären Raumschiffe von der Zivilisation, die wir noch nicht kennen. Aber es sind nur diese... Tentakel-Viecher. Noch mehr Tentakel-Viecher. Da draußen... Lebt da schon... Erstaunlich viel Zeugs mit Tentakeln. Haben wir Tentakeln? Ja, so ein bisschen. Sogar wir haben irgendwie Tentakeln. Äh... So ganz kleiner. Ja, okay. Ja, dann sind wir nicht grün laufen auf zwei... Äh... Grün. Oh, äh... Pink laufen auf zwei Beinen und... Bäh. Wäre ekelhaft. Überall Haare. Bäh. Grün wäre auch schlimm. Irgendjemand von unseren Nachbarn grün? Wir sind schon fast grün, ne? Ayan-Designs wird wirklich ziemlich cool. Die sind leider... Das wäre wirklich cool, wenn die Ayan-Designs, diese Porträts, auch noch zufallsgeneriert werden. Aber es ist eigentlich hauptsächlich ein... Ein Satz aus vorgefertigten Porträts. Oh, ist schon... Kann man sich Mühe geben. So. Forschen wir auch mal das System. Okay. Der Wurmlochgenerator wird gebaut. Sehr schön. Okay. Okay, das ist da auch noch eine Weile. Ich glaube, dann werde ich mal diese... Bilder hier freiräumen. Und unsere... Äh... Die Schande unserer... Unsere Zivilisation von Groll wegräumen. Da ist wohl anscheinend ein bisschen was schief gegangen. Im Laufe der Jahrhunderte, bevor wir die Sterne nach den Sternen gegriffen haben, so richtig. Äh... Ihr wisst ja, wie das ist. So, jetzt haben wir hier wieder viel zum Erkunden. Kriege ich wieder die militärische Vorhut raus. Konstruktionsschiff... Ähm... Mehr für Forschung. Mehr für die Forschung tun. Hm. Ich habe bis jetzt wirklich noch keine weiteren schönen Planeten zur Kolonisierung gefunden. Ansonsten würde ich wahrscheinlich bald auf ein... Äh... Kolonieschiff sparen. Aber es... Es ist wirklich nichts Tolles. Hier ist 12 Größe. Äh... Eigentlich ist so... Alles, was kleiner als 15 ist, ist so... Äh... Schon eigentlich zu klein. Situationen geändert. Uh, Lambda-Aliens. Lambda-Aliens. Uh... Wird ja richtige Raumschiffe mal zur Abwechslung. Und eine Station. Hm. Was das wohl ist? Ja. So, hier wird Platz gemacht. Sehr schön. Camplad-Zivilisation getroffen. Wir haben auf Wurlat die Gegenwart einer primitiven Alien-Zivilisation entdeckt. Hatten wir das schon? Ich weiß nicht. Hatten wir das schon? Ähm... Ich kann ja nachgucken. Nein. Glaube ich nicht. Ne. Okay. Genau. Wir hatten noch keine primitive Zivilisation. Das ist auch etwas, was man natürlich trifft als so weltraumfahrende Spezies. Ähm... Man trifft auf Zivilisationen, die noch nicht den Überlichtgeschwindigkeitsflug entdeckt haben. Oder ganz generell den Weltraumflug oder das Schießpulver oder Kleidung, Schrift. Sowas, ne? Ähm... Sie haben das Äquivalent einer Eisenzeit erreicht und sind in zahlreiche kümmerliche König- und Kaiserreiche unterteilt. Ihre Spezies hat sich fast auf der gesamten Oberfläche von Planet ausgebreitet. Wir sollten den Bau eines Beobachtungsposten über der Welt in Betracht ziehen, um sie eingegender zu studieren. Wir können uns sogar angucken. Aha, primitive Farmen. Und das sind die Kempler. Interessant. Eigentlich eine schöne Welt. 19 Teile. Interessant, ja. Sollten wir in Betracht ziehen. Was ich mir noch wirklich, 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 wirklich wünschen würde, wäre, dass... ähm... solche primitiven Spezies auch auf dieser Übersicht markiert werden, weil es tatsächlich ziemlich schwierig sein kann, diese Planeten wiederzufinden. Ähm... Ich bin jetzt ziemlich glücklich und habe hier eine Wurmlochstation. Das heißt, wenn ich hier wieder reingucke... Ah, ja, stimmt ja. Da war ja was. Ähm... Aber ansonsten ist es... Kann es echt eklig sein. Roboter. Sehr schön. Was jetzt nichts ist? Triebwerke. Panzerung. Ähm... Ich glaube, ich nehme die Panzerung. Ähm... Echt. Nirgendwo Tundra-Welten. Oh, stimmt. Wir haben hier einen Stein, der neun... Ingenieurforschungspunkte gibt. Das passiert, wenn man so lange nicht mehr spielt. Und... Das wird womit auch gleich passieren, denn ich sage, das wird es erstmal für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet nächstes Mal wieder ein. Wenn wir wieder irgendwelche ethisch fragwürdigen Entscheidungen treffen. Bis dann.